ich verspreche es dir ehrlich und in dem moment weiß ich es wird genau anders kommen du wirst das versprechen nicht halten ganz ehrlich nicht und ich werde nicht mal mehr enttäuscht sein denn ich kenne es so von dir wann ist es aus der mode gekommen ehrlich zu sein wann ist es aus der mode gekommen zu seinem wort zu stehen jeder von uns hat mal eine kleine notlüge erzählt vermutlich hat auch jeder schon mal woanders übernachtet um länger auf der party bleiben zu können während die eigenen eltern davon ausgehen dass man mit der freundin oder dem freund zockt dvd schaut oder längst schläft das war es zini einfach so und es war okay vielleicht ist auch zum teenie sein dazu wir waren kleine rebellen in unserer kleinen welt haben unsere grenzen bei den eltern ausgetestet uns ausgetestet und erlebt aber wir waren immer ehrlich zueinander wann ist es aus der mode gekommen ehrlich zu sein wann ist es aus der mode gekommen zu seinem wort zu stehen nun sind wir erwachsen und müssen uns von niemandem mehr rechtfertigen dass wir bis 5 uhr morgens tanzen gehen wollen wir können machen was wir wollen wir sind frei sozusagen ernten wir nun den erfolg aus unserer kleinen rebellion aus teenie tagen es gibt keinen grund mehr für notlügen und geheimnisse eigentlich und doch findest du immer wieder einen grund um mir gegenüber unehrlich zu sein lügen klingt zu hart aber du bist unehrlich mir gegenüber ob du deine unehrlichkeit gar nicht mitbekommst sondern dir selbst glaubt was du sagst weiß ich nicht ich weiß nur eins ich glaube dir nicht mehr so oft habe ich dir geglaubt und wurde enttäuscht habe gewartet weil du sagtest du kommst habe mir termine frei gehalten weil wir doch zusammen weggehen wollten und nicht nur einmal saß ich enttäuscht zu hause und habe mir geschworen dir nicht mehr zu glauben mich nicht mehr auf dich zu verlassen ich habe daraus gelernt und habe nun immer einen plan b in der rückkant ich bin abgesichert und habe habe mich von dir distanziert von dir und von allen anderen menschen gleich mit ich stehe auf doppelt dem boden immer gefasst darauf enttäuscht zu werden und mittlerweile kann ich damit umgehen dank dir und dabei möchte ich so gerne wieder vertrauen können jemandem glauben was er sagt ohne die taten als beweis zu brauchen mich auf jemanden einlassen und nicht davon ausgehen enttäuscht zu werden wann ist es aus der mode gekommen ehrlich zu sein wann ist es aus der mode gekommen zusammen wort zu stehen